Sie ist das erste Spielzeug der Playtime-Core gewesen und einer der wichtigsten Charaktere in Poppy Playtime überhaupt. Und um wen geht es heute? Richtig, um Poppy, unsere kleine rothaarige Freundin, die nur ein Ziel verfolgt. Und um sie soll sich das ganze Video heute drehen. Denn Poppy ist nicht nur irgendeine Puppe, sondern etwas ganz Besonderes. Geh und auch gerne unseren Discord, um keine News mehr zu verpassen, mit uns zu quatschen oder dich mit anderen über Theorien und vieles mehr auszutauschen. Schauen wir uns also Poppy doch erstmal näher an. Poppy ist eine kleine 60cm große Puppe mit rotem gelockten Haar, das nur zwei Zöpfen gebunden ist und mit puderblauen Bändern hochgehalten wird. Poppy hat ein sehr helles, schon ins Weiße gehende Gesicht, das durch seinen Glanz vermuten lässt, dass sie aus Porzellan ist. Poppy hat Sommersprossen, rosige Wangen, blutunterlaufende und unheimlich realistische große blaue Augen, recht dünne Augenbrauen und schwarze lange Wimpern. Außerdem trägt sie einen tiefroten Lippenstift. Poppy trägt ein sehr voluminöses blaues Kleid mit zahlreichen Schleifen, das mit Rüschen und Büsten verziert ist. Und dazu trägt sie ein paar schwarze Mary Janes. Nach dem Zugunglücken im Chapter 2 hat Poppy einen Riss in ihrem Gesicht. Poppy ist also eine recht typische zierliche Anziehpuppe mit besonderen Eigenschaften. Poppys Charakter. Schauen wir uns hierfür aber erstmal den Werbetrailer für Poppy an. Poppy gibt's her answers. Sie ist die erste doll eigentlich able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppys Charakter. Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it. And smells just like a Poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. What's the time? Playtime! Poppy wird hier als sehr gesellige, aufgeschlossene, zierliche und auch elegante Person dargestellt. Sie legt sehr viel Wert auf ihr Äußeres und möchte immer gut aussehen. Poppy ist in ihrem Werbespot auch sehr höflich und fragt ihr auch sehr höflich nach, ob ihr Besitzer ihr nicht die Schuhe putzen oder ihre Haare bürsten möchte. Poppy behält allgemein ihre Persönlichkeit aus ihrer kommerziellen Form bei. Anfangs überschüttet sie uns mit ihrer fürsorglichen Persönlichkeit und bedankt sich für ihre Befreiung. Sie wartet geduldig auf uns, während sie durch die Lüftungsschächte klettert und bietet uns, wer hätte es gedacht, ihre Hilfe an, um aus der Fabrik zu entkommen. Ihr Verhalten ändert sich aber gegen Ende von Kapitel 2 in eine eher düstere Form und fängt an beunruhigende Fragen zu stellen, die auf ihre düstere Persönlichkeit auch hindeuten. Erst später wird enthüllt, was Poppys Motive sind. Außerdem hat sie eine gute Bindung zu Kissy Missy. Kommen wir nun also zur Hintergrundgeschichte von Poppy. Poppy wurde in den 50er Jahren von der Playtime Co. als Puppe entwickelt, die sich realistisch verhalten sollte und mit ihrem Besitzer interagieren sollte. Dieses Verhalten wurde im Trailer durch ein angeblich natürliches Gespräch gezeigt und wäre für die damalige Zeit einfach revolutionär gewesen. 1960 wurde eine experimentelle Version von Poppy erschaffen, die damit das erste und einzige Experiment vor der Bigger Body Initiative war. Poppys lebendige Version befand sich in einer Art Schreien mit einer Seitentür, die direkt zu Elliot Ludwigs Büro führte. Poppy musste den Prototypen schon vor der Hower of Joy begegnet sein, denn sie teilte weder seine Ziele noch seine Überzeugungen. Poppy ist dementsprechend entsetzt über das, was in der Hower of Joy passiert und kann dieses sinnlose Gemetzel nicht nachvollziehen. Sie weigert sich regelrecht an diesem sinnlosen Massaker teilzunehmen und wandte ihren Blick von den schrecklichen Dingen ab. Poppy ist nach diesen Erlebnissen traumatisiert. Die Schreie der Opfer brannten sich regelrecht in ihr Gedächtnis. Nach der Hower of Joy wurde Poppy wahrscheinlich von Prototypen bestraft, da sie sich gegen ihn stellte. Poppy wurde in eine Glasvitrine im Poppy Room gesperrt, wo sie die nächsten Jahre verbringen sollte und somit genügend Zeit hatte, Pläne gegen die Prototypen zu schmieden. Unsere erste Begegnung haben wir mit Poppy, nachdem wir Hagiwagi in die Tiefen der Fabrik gestürzt hatten. Nachdem Poppy befreit wurde, fallen wir in Ohnmacht und hören Poppys Stimme, was bestätigt, dass Poppy endlich aus ihrem Gefängnis befreit wurde. Poppy weckt uns mit Nachdruck auf und erklärt uns kurze Zeit später, dass sie nur den Strom anschalten wollte. Sie erwähnt außerdem, dass sie schon sehr lange in dieser Box gefangen war und froh ist, wieder frei zu sein. Poppy zeigt hier ihre eher freundliche Persönlichkeit und bietet an die Flucht aus der Fabrik zu unterstützen. indem sie uns einen Zugangscode für den Zug geben will. Poppy wird kurz danach von Mami Longlegs entführt und Chapter 2 beginnt. Poppy sitzt später im Kontrollraum, gefangen in Spinnenweben und mit dem letzten Teil des Codes in der Hand. Man merkt nach ihrer Befreiung direkt, dass etwas nicht stimmt, denn ihre Persönlichkeit switcht zu einer eher düsteren Form. Alleine die kalte Frage, ob Mami nun tot sei, zeigt, dass diese Entführung nicht spurlos an ihr vorbeigegangen ist. Poppy hat einen Plan, denn sie hatte viel Zeit zum Nachdenken und Reflektieren. Sie will die Dinge in Ordnung bringen, da sie weiß, dass schreckliche Dinge passiert sind und sie weiß, dass wir in der Lage sind, das Ganze für sie durchzuführen. Kurz nach dem entgleist der Zug und das Letzte, was wir sehen, ist die Playcare. Jetzt kommen wir zur Verbindung mit Kissy Missy, denn Poppy hält Kissy regelrecht auf, uns zu töten. Sie erklärt ihr, dass wir keine Bedrohung darstellen und nur helfen wollen. Poppy erklärt nun die ganze Wahrheit unter all dem schrecklichen Dingen. Man merkt hier ganz gut, dass Kissy und Poppy sich recht gut kennen, denn in der Kindertagesstätte sieht man einige Zeichnungen von Kissy und Poppy. Die beiden scheinen in ihrer menschlichen Gestalt gute Freunde gewesen zu sein. Zumindest sieht man hier eine Verbindung zwischen den beiden. Poppy scheint auch Kissy in ihren Planen involviert zu haben, denn Kissy hilft ihr die ganze Zeit über bis zum Ende von Chapter 3. Am Ende, als The Hour of Joy abgespielt wird, merkt man Poppy klar an, dass sie das Ganze stark geprägt und mitgenommen hat. Diese grausamen Taten haben Poppy in ihrer Persönlichkeit stark geändert, obwohl sie oft sehr liebevoll daherkommt. Sie empfindet gerade für den Prototypen eine Menge Hass und will nur eins, dass dieser endlich fällt und vernichtet wird. Poppy macht sich aber auch große Sorgen um Kissy, was man gut sieht, als wir den Aufzug nach unten benutzen und Kissy attackiert wird. Poppy will ihr helfen, aber dazu kommt es nicht mehr. Und in Poppys Schreien nach Kissy spürt man den Schmerz, den sie verspürt, da sie nicht noch mehr Freunde verlieren will. Poppy ist eine der wenigen Charaktere, die sich gegen den Prototypen gestellt hat und ist mit ihrer Persönlichkeit fest entschlossen, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Sie ist aber auch wie erwähnt sehr zornig und hält an ihrem Plan fest, komme was wolle. Was Poppy aber nun genau geplant hat und ob das Ganze am Ende funktioniert, werden wir erst in Chapter 4 oder später erfahren. Ich hoffe euch hat das Video zu Poppy und unserer kleinen Freundin gefallen. Vergesst nicht den ganzen ein Like zu geben und den Kanal zu abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, lasst euch nicht vom Prototypen fangen. Bis zum nächsten Mal.